Was ist für mich eines der zentralen Themen des Films Ehrlichkeit? Ja, mich hat vor allen Dingen gereizt, einen Film endlich mal mit WTP zu drehen und ich finde das Besondere an der Lucy ist, dass sie kein Opfer ist, sondern wirklich eine Täterin. Also in ganz vielen anderen Filmen ist ja eine Frau, die jetzt meinetwegen Prostituierte oder Striptease-Tänzerin oder so ist, meistens zu sehen, weil sie gezwungen wurde, das zu tun oder so, wie zum Beispiel ich als Jenny in der ARD-Serie um Himmels Willen. Und hier ist es so, dass sie sich wirklich bewusst entscheidet, weil sie erkannt hat, dass sie eben genau darauf geil ist und das dann auch lebt. Und das finde ich wirklich sehr speziell. Da gibt es keinen moralischen Überzug, keine Bewertung von wegen gut oder schlecht, sondern es ist einfach erstmal ihre Entscheidung. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin ja auch Exhibitionistin und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch die meiste Zeit am Set nackt rumgelaufen und mit den Darstellern gab es ja klare Absprachen. Also deswegen war von vornherein schon eine entspannte Atmosphäre. Ich wusste ganz genau, worauf ich mich da einlasse. Und außerdem war es ja so, dass diese Szenen wichtig waren für den Film, um diese Geschichte eben zu erzählen. Und ich meine, das ist ja wirklich so, man sieht es in vielen Filmen, dass da Frauen irgendwie schön drapiert in BHs liegen und dass sie irgendwie, ja, einfach noch nett lächeln und so weiter. Aber da ist eben nicht diese wirkliche Sexualität zu spüren oder das, worum es wirklich geht, sondern das ist einfach nur schön gemalt, schön gezeichnet. Und mir war es halt ganz wichtig, weil Lucy ja eine Figur ist, die den Schmutz sucht, die leben möchte, dass diese Szenen eben so authentisch wie möglich sind. Deswegen war es auch mein eigener Vorschlag, dass ich eben echte Orgasmen in der Dildo-Show habe und ja, insofern war das überhaupt kein Problem. Roland ist halt jemand, der wirklich jedem am Set die größtmögliche kreative Freiheit überlässt. Und von daher war es für mich ganz, ganz toll, dann endlich mal zu sehen, dass man ganz anders miteinander umgehen kann. Also, dass wirklich jeder sich selber einbringen kann und jeder auch seine eigenen Ideen hat, die auch wirklich angehört werden, die umgesetzt werden können, wenn sie passen. Und es ein Zusammenwirken ist. Man kann es ja gar nicht Arbeit nennen, sondern wirklich ein Miteinander entdecken, miteinander auf die Suche nach den Geschichten gehen und dann im Moment entscheiden, was jetzt gerade gemacht wird. Und natürlich gibt es auch ein Drehbuch, aber es ist trotzdem noch so, dass wenn sich gerade etwas ergibt und jemand auf einmal feststellt, es passt doch was anderes, dass man das sofort umsetzen kann. Und das ist eben etwas, was ich so noch gar nicht kennengelernt habe. Die Reaktionen waren durchwegs sehr, sehr überraschend. Also, vor allen Dingen, weil viele gesagt haben, sie danken uns für den mutigen Inhalt des Filmes und so. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie die Zuschauer in Deutschland reagieren werden. Und ich bin sehr offen auch für Kritik. Also, je mehr Kontroversen es schafft, desto besser finde ich das, weil dann höre ich auch wirklich Meinungen. Also, ich bin sehr froh, wenn die Zuschauer ehrlich sind, weil es geht ja nicht darum, eine Lobhudelei zu erhaschen und zu hören, ja, das war alles ganz großartig, sondern ich möchte wirklich wissen, was die Zuschauer danach so mitgenommen haben, was sie denken und das ist ja auch der Grund, warum wir Filme machen. Wir machen ja Filme für Menschen und nicht für Zielgruppen, sondern weil wir einfach wirklich wissen wollen, was bewegt die Menschen so oder was löst das in denen aus.